Das passende Weihnachtsgeschenk war nicht dabei, kein Problem, GSPRSoft hilft euch da weiter. Sehr haus zusammen, Friday GSPRSoft ist für euch am Start, wie versprochen, jetzt Gewinnspiel Nummer 2. Und bevor wir anfangen, zeigt euch der liebe Joris, was es zu gewinnen gibt. Ja, servus zusammen, Joris, GSPRSoft hier. Ich darf euch heute eure Gewinne vorstellen, die ihr gewinnen könnt bei diesem Gewinnspiel Nummer 2. Gesponsert wurde das Ganze natürlich wieder von in Zusammenarbeit mit dem guten Tommy P. Facebook-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung nochmal Danke an Begadi und Tommy. 0,5er Gewinnspiel, heißt erstmal nur 0,5 Joule Waffen und Zugehör. Also für die Ü18 Leute eigentlich nichts Wildes, braucht ihr eigentlich schon gar nicht. Ja, ist jetzt natürlich auch nichts Besonderes. Es muss natürlich was zu gewinnen geben und es gibt drei Gewinner. Ja, also mussten wir das Ganze dementsprechend gerecht aufteilen. Also Gewinner Nummer 3 oder Gewinner Platz 3 bekommt eine HFC Spring Power Airsoft Gun. Werde ich jetzt mal nicht rausholen. Platz Nummer 2 bekommt dann schon einen Trinkrucksack inklusive Trinkblase und natürlich noch die KWC G7. Werde ich jetzt auch mal nicht rausholen. Und als letztes Frenchy Spas 12 und eine Molle Weste, die ihr natürlich noch nach eurem Belieben bestücken könnt mit Taschen etc. Das bekommt Gewinner Nummer 1. Wie schon gesagt, das ist ein 0,5 Joule Airsoft Spieler Gewinnspiel. Dementsprechend wäre es auch schön, wenn die ganzen Ü18 nicht mitmachen würden, damit wir auch jetzt mal nur was für die unter 18 Leute haben. Ist natürlich jetzt nicht viel oder auch nichts Besonderes. Aber für die, die noch nichts mit Airsoft Software am Hut haben, für die ist das, denke ich mal, schon was ganz schön Besonderes. Ja, das war es jetzt zu Gewinnspiel 2. Im nächsten Jahr dann Gewinnspiel Nummer 3. Das letzte, was es dann zu gewinnen gibt, werdet ihr dann sehen. Ich wünsche den Gewinnern, den Gewinnern, den Teilnehmern dieses Gewinnspiels jetzt viel Glück, viel Spaß. Sendet was Gutes ein. Das war es von mir, Joris, GSPRsoft. Schönen Sonntag euch noch. So, der Joris hat es wahrscheinlich schon gesagt. Es gibt drei Gewinner. Wie letztes Mal, es hat sich gut bewährt, die drei Gewinner. Was müsst ihr erstmal dafür machen? Ganz einfach, wenn euer Weihnachtsgeschenk nicht dabei war oder ihr euer Weihnachtsgeschenk ein bisschen auffrischen wollt, müsst ihr folgendes tun. Wir wollen Weihnachtsbilder oder Anti-Weihnachtsbilder haben. Beides ist erlaubt. Es muss kein Weihnachtsgear oder sonst irgendwas sein. Einfach nur irgendwelche Weihnachtsbilder. Setzt euch eine Weihnachtsmütze auf. Ihr braucht kein Airsoftgear. Entweder eine Weihnachtsmütze oder eine Anti-Weihnachtsmütze oder irgendwas Anti-Weihnachten oder für Weihnachten. Je nachdem, auf welcher Seite ihr euch stellen möchtet. Dann losen wir drei Gewinner nächste Woche aus. Die können sich dann bei uns melden. Und dann wird das Ganze verlost. Beziehungsweise rausgeschickt. Und das war das zweite Gewinnspiel. Ganz einfach. Wie gesagt, wir wollen Bilder haben für drei Gewinner. Irgendwelche Weihnachtsbilder. Was gibt es denn? Irgendeine hässliche Weihnachtsmütze für Anti-Weihnachten oder eine schöne Weihnachtsmütze für schönes Weihnachten. Ihr könntest natürlich auch Airsoft-Bilder im Weihnachtszeug sein. Aber irgendwas mit Weihnachten oder eben das Gegenteil davon. Das soll es auch schon gewesen sein. Nur das kleine Gewinnspiel-Ankündigungsvideo zu diesem Sonntag. Dass ihr endlich mal weitermachen könnt. Beziehungsweise dass ihr wieder eine Chance habt, was zu gewinnen. Aber das ist noch nicht alles. Das ist erst das zweite Gewinnspiel. Wir schauen nochmal weiter. Beziehungsweise sind wir gespannt, welche Bilder wir von euch bekommen. Und was sich da entwickelt. Ich wünsche euch allen viel Glück, viel Erfolg. Und bessert euer Weihnachten auch mit GSBR Soft. Tot rein!